Eine typische Nachricht, die ich auf Instagram kriege, wo es nur um einen selbst geht, neben den ganzen anderen Dingen, die mir angeboten werden. Alles was gut ist, kostet eben. Deswegen sind käufliche Liebe und Angel Dust leider nicht umsonst. Billige Autos für billige Leute könnte heute die Devise lauten, aber wenn man nun mal wenig monetäre Mittel und mäßig gute orale Skills zur Verfügung hat, dann ist es wichtig was zu fahren, das einem nicht die Geheimratzwecken ins Jenseits befördert. Selbst wenn man das Kind ist, das bereits welche Seite Grundschule hat und dessen Spiegel defekt sein muss. Wenn eure Intention ist, euch selber zu scannen, weil ihr nicht viel von euch selbst haltet, dann nehmt den Peugeot 206 CC ins Visier. Er ist klein und optional rot. Mit den Attributen eines gebrauchten Tampons kriegt man bereits Modelle für unter 1000 Euro. Ein fairer Preis für die Lizenz zum oben ohne fahren. Ob man sich das nun wirklich antun sollte, steht woanders geschrieben, denn diese Modelle sind technisch gesehen in einem Zustand, in dem man sich befindet, wenn eine Horde Gorillas mit blau geschwollenen Eiern eine Nacht überfällt. Dadurch, dass sie in Deutschland sind, müssten sie auch noch nicht mal Überraschung schreien, weil es am Ende eh nur Bewährung geben wird. Das Auto ist so billig wie Sandra. Dementsprechend sollte man auch keine Premium Qualität erwarten. Vor allem nicht für das Geld. Das heißt man sollte immer etwas in der Hinterhand haben, falls der Franzose nervt. Glücklicherweise sind Ersatzteile günstig für das Baguette Mobil. Diese Baureihe hat es nicht so mit dem Fahrwerk oder Radaufhängung oder Zentralverriegelung. Wenn man Bock auf Probleme hat, dann wird man hier schnell fündig. Dennoch werden Dinge, die teuer klingen gekonnt, ignoriert, auch wenn sie nicht die Welt kosten. Wichtig ist am Ende eher, ob der Motor und das Getriebe in Ordnung sind. Ölwechsel und Zahnringwechsel sind hier das Wichtigste. Ob das Lenkrad vibriert oder beim Bremsen Richtung Leitplanke neigt, ist dann eher sekundär und gehört eigentlich fast schon zur Ausstattung. Man sollte schon bereit sein in etwa 2000 Euro einzuplanen für ein Fahrzeug, das relativ problemlos bis zum nächsten TÜV Termin kommt. Wenn Rentnermobile euch ein gewisses Jucken in der Hose bereiten, dann ist der Honda Civic das nächste Vehikel der Wahl. Honda sind dafür bekannt problemlos zu sein, weswegen sie gern von Männern gefahren werden. Meist fahren das wie gesagt Rentner, weil das Fahrzeug so spannend ist wie ihr Lifestyle, der nur aus Radiokurken besteht. Oder aber auch Studenten, die was Fahrbares brauchen, das zu ihrem BAföG passt. Doch gerade weil ein Civic billig ist, wird er gerne missbraucht von meist jungen Strollchen, die sich für 1000 Euro einen holen und sofort ihren Instagram Namen auf die Scheibe kleben in Neonfarben oder auch ein Fake Taxi Aufkleber. Das nächste Gehalt wird meist dann sofort am Monatsanfang ausgegeben, um bei ATU das Regal mit Analtrompeten leer zu kaufen. Wie wir alle wissen, ähnelt ATU bei Möchtegern Dorftunern Bitcoin Mining Farmen, nur eben mit billigen Universal Tuning Teilen. Der Rest des Geldes geht für Farbspraydosen drauf, für die Felgen und Endorphinausschüttung per Einatmen. Folglich wird verzweifelt in JDM Foren nach Freunden gesucht, die eventuell Bock hätten sich eine Naruto Frisur zu machen, nur um dann zu sehen wohin der Abend so führt. Bei einem Civic fallen eher Kleinigkeiten an, wie ein neues Hitzeblech oder etwas Ölverlust, dass alles easy gefixt werden könnte, weil man selbst ohne Kinderhände an alles rankommt. Das Pulli der Klimaanlage heult gerne rum und muss gerne getauscht werden. Bremsleitungen, Lichtmaschine, Kupplung, Reifen, Unterhosen, alles eher Verschleißfragen, die nicht gleich so viel kosten, dass man gleich anschaffen gehen muss. Aber man sollte es irgendwann mal machen, im besten Fall. Die polnischen Kartoffelbauern haben es vorgemacht mit dem Skoda Octavia 2. Auf dem Dorffest für Volksmusik und örtliche Trunkenbolde gehört ihr offiziell zum Club der Dichten Dichter. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum so viele Baustellen-Schwarzarbeiter aus dem Ausland damit durch die halbe Welt herumfahren? Natürlich weil sie günstig sind und vor allem weil sie halten. Im besten Fall nimmt man den altbewährten 1.9 TDI Motor. Vom 2.0 TDI mit Common Rail ist eher abzuraten. Du bist so dumm, es gibt in Innenstädten Umweltfun, womit man nicht reinfahren darf. Ihr könnt euch ja in die Straße einbetonieren und den Verkehr aufhalten, wo tausende Fahrzeuge im Stand laufen mit Klimaanlage und euch dann wundern, warum euer Hirn schmilzt von den 22 Grad Temperaturen im Juli. Es ist ja auch nicht so, dass jeder ohne Euro 6 sich sofort einen Neuwagen kaufen geht, aber man kann sich ja auch eine Steckdose holen. Hups, Strom wird ja immer teurer und es fehlt an Chips für die Autos. Ja, blöd. Beim Skoda Octavia 2 gibt es 27 Motor Varianten, zwischen denen man wählen kann. Wovon man sich allerdings fernhalten sollte bei den Benziner Varianten, ist der 1.2, 1.4 TSI, 1.8 und 2.0 TFSI sowie TSI. Sicher wird man für den Hausmeister gehalten, wenn man vor der Schule für schwer erziehbare parkt, um seine neue Freundin Chantal abzuholen, aber das Ding ist günstig im Unterhalt, verbraucht wenig und ist auch noch günstig im Einkauf. Die Ausstattung ist zwar dann zugegebenermaßen etwas kommunistisch, aber immerhin könnt ihr es dann diesen Herbertz-Recht machen, die meinen, dass ein echtes Auto keine Ausstattung braucht. Das wäre ja unnötiger Schnickschnack. Das ist zwar richtig, aber es ist geil, wenn man bei über 30 Grad im Stau eine Klimaanlage laufen hat. Überraschenderweise möchte nicht jeder nach seinem versoffenen Cousin-Vater riechen, der einem rät, ein I've Packed on the First Date T-Shirt zu tragen bei einem Michael-Jackson-Konzert. Wenn ihr eine Raver-Party mit euch selber haben wollt, dann ist der Honda CRX Del Sol das wichtigste Tool dafür. Naja, und halt ein bisschen LSD. Für einige eine existenzielle Krise und für andere das Lustmobil der Begierde für wenig Geld. Der Honda CRX der dritten Generation wurde von 1992 bis 1998 gebaut. In den letzten Jahren wurde er gefühlt immer teurer. Ob das Fakten sind, weiß ich nicht, aber es sind meine Fakten. Das coole am CRX ist, dass er ein Tager ist. Wenn ihr jetzt lacht, weil ihr am Tang das denkt, dann solltet ihr darauf achten, ob der Auspuff am Rosten ist. Motorantenne funktioniert, die Dichtungen am Dach keine Geräusche machen, Rost und ob der Zahnriemen gewechselt wurde. Wenn die Antwort vom Verkäufer ist, ja, kann sein, weiß nicht, lass uns einen durchziehen, dann wisst ihr, dass zu einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendetwas nicht stimmt. Der Riemen sollte nach 100.000 Kilometer getauscht werden, beziehungsweise alle 5 Jahre. Bei unter 2000 Euro geht es zwar los, aber man hat in der Regel wenig, was man noch reinstecken muss. Je nachdem von welchem Kuhkaft ihr seid, ist das Reinstecken natürlich optional. Die 125 PS Variante muss hier allerdings reichen, um ihn mit euren Tränen zu betanken, weil die 160 PS V-Tech Variante teurer in der Anschaffung ist. Die Dinger brauchen viel Drehzahl und sie sind dahingehend so teuer, weil die Besitzer meinen, dass es Frauen unlocked, dessen einzige Kompetenz ist, einen Schlitz zu haben. Wenn Monster Energy auch für euch ein Grundnahrungsmittel ist, dann… Oh mein Gott, dann muss ich mir einen Golf 4 holen und eine minderjährige Freundin namens Chantal suchen? Naja, jedenfalls wenn ihr nicht Unfähigkeit heißt, dann ist der Golf 4 das To-Go. Ein Golf ist das Auto für das Volk. Ihn gibt es Millionen Mal auf der ganzen Welt und er wurde in China von 2006 bis 2008 als Bora HS verkauft. Somit stellt diese Generation des Golfes das mitten im Liebengesicht einiger Bewohner dieses Landes dar. In der zivilisierten Welt gab es den aber nur bis 2003, ausgenommen in der Kombivariante. Der 1.4 Benziner schluckt Öl und ist als Kolbenkipper bekannt. Daher wäre der 1.6 die bessere Wahl. Nicht zu verwechseln mit dem 1.6 FSI. Hier ist deswegen davon abzuraten, weil das ein Direkteinspritzer ist und die Injektoren hier gerne Probleme machen. Was aber bei allen Direkteinspritsystemen der Fall ist und wenige Menschen das so wirklich auf dem Schirm haben, dass sie meist aufgrund von Verkuckung kaputt gehen. Daher empfehlen sich additive. Bei den Spritpreisen von 2 Euro Aral Ultimate lohnt sich das nicht besonders. Es sei denn ihr seid wie ich in Polen, wo das 1.65 kostet aktuell. Den Golf 4 gibt es bereits ab unter 1000 Euro in nicht mehr ganz so Jungfernhäutchen mäßigen Zustand. Tut euch einen Gefallen und sucht ein Modell mit Klimaanlage und TÜV der mindestens ein Jahr gültig ist. Niemand will euch im Sommer riechen müssen. Das Automatikgetriebe kann gelegentlich reißen wie Sandras Anus als ich mal im falschen Löchlein war. Zentralverriegelung, Klima, Gebläsemotor und Fensterheber können abgesehen davon auch kaputt gehen. Sonst gibt es auch eigentlich nur den üblichen Verschleiß wie Zahnriemen, Bremsen, Reifen, Ölwechsel und Brandlöcher im Fahrersitz durch giftige Toxine die den mobilen Anus des Fahrbesitzers verlassen haben. Wenn ihr den Dorf Sheriff in seinem Rollstuhl von der Straße drängen müsst, dann gibt es auch die Möglichkeit einen 1.8 T zu nehmen, der aber teurer ist, weil er schneller ist und mehr Tuning Potential bietet dank Turboaufladung. Ein normaler 1.8 Sauger tut es aber auch. Die VR5 und VR6 Motoren haben eine Steuerkette und tendieren hier irgendwann getauscht zu werden. Ein obdachloser Trunkenbold ist der beste moralische Beistand, wenn man einen Späti ausrauben möchte. Ähnlich ist eine Argumentation für einen BMW 3er i36. Solltet ihr euch einen Hohl für das Geld? Wahrscheinlich nicht. Würde es genug Leute davon abhalten? Natürlich nicht. Wenn man nach 3er BMWs im Internet sucht, wird man so schnell fündig nach einem Modell wie eine neue Art von Syphilis zu finden an der Reeperbahn. Leider ähneln diese Modelle nur einem visuellen Aneurysma. Es ist daher wichtig die Parameter auf 12 Monate TÜV fahrbereit und 150 PS zu stellen. Wie so 4 Zylinder wenn auch 6 gehen. Da es heute aber weniger um Enthusiasmus geht, widmen wir uns aber trotzdem mal den 4 Zylindern, die sich großer Beliebtheit erfreuen. 4 Zylinder gibt es im 316i und 318i Benziner. Je nach Baujahr kommt ein M40 oder M43 Motor vor. Der M40 wurde bis 1993 gebaut und hat einen Zahnriemen. Wenn ich nicht gerade komplett auf Crack bin, ist das sogar der letzte mit Zahnriemen gesteuerte Motor von BMW. Folglich gab es später nur noch eine Steuerkette wie auch im M43. Beide Motoren sind eigentlich solide bei normaler Wartung und keinem Besitzer der random irgendwo einen M-Badge angeklebt hat, während das 316i auf Altmaß denkt. Beim M40 sind die eingelaufenen Nockenwellen und Schlepphebel die Problemzonen was man als Laie nicht hören wird. Kurz gesagt hört sich das Ding an wie ein Diesel. Der M43 fällt eigentlich nur durch defekte Zylinderkopfdichtung auf. Ölverlust und Kühlwasserverlust sind bei dem Alter auch keine Seltenheit, aber eher Kleinigkeiten. Im unteren Preissegment sind es zwar oft 3er Kompakts, weil die wohl keine Sau haben will aus offensichtlichen Gründen, aber möglich ist es einzukriegen. Denn ab 320i geht es bereits los mit den 6 Zylinder Motoren. Wenn ihr Bock habt, dann kann man sich den E36 mal gesondert anschauen und alles beleuchten. Wenn du ein gemütliches Auto brauchst, das groß ist, aber das du nicht wirklich fährst, außer höchstens um vor den Kindergarten zu campen, dann ist der Audi A8 D2 was für dich. Wer damit Lust hat auf Verkehr, der muss ins Frankfurter Bahnhofsviertel. Wir Menschen sind nicht für Logik bekannt. Das ist Fakt. Wenn es eine Steroidcreme geben würde, dann würden viele von uns sie sofort an unseren Lachs ausprobieren und sich am Ende wundern, woher der ganze prächtige Analherpes herkommt. In einem A8 könnt ihr frohen Mutus bezeugen, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen kriegen halt Kinder. 1994 gab es den Nachfolger vom Audi V8, den es, Fun Fact, nur mit V8 gab. Der D2 kam allerdings mit mehr Motorvarianten. Die gängigste in dem Preisbudget wird ab der 2.8 6 Zylinder und 3.7 8 Zylinder sein. Verbrauchswunder sind das nicht gerade. Daher macht das auch nur Sinn, wenn der einzige Stop-and-Go-Verkehr abends im Wohnwagen mit Herzenaufklebern stattfindet. Viele denken, dass man wie die eigene Ex-Freundin, in Klammern Sandra, alles reinbuttern muss, was es gibt, um den am Leben zu halten. Allerdings sind neben defekten Wasserpumpen, Kraftstoffpumpen, Lichtmaschinen und beim 6 Zylinder noch zusätzlich Zylinderkopfdichtungen, Nockenwellenversteller und hoher Ölverlust sowie defekte ABS-Blöcke, Lenkgetriebe, Scheibenwäschermotoren, Druckschläuche der Servolenkung, Verstopfte Kondenswasserventile, Lüftemotoren und Zentralverriegelung problematisch. Abgesehen davon sind nicht wirklich viele nennenswerte Probleme vorhanden. Und wenn euch das immer noch zu teuer ist, dann geht es sogar noch eine Stufe weiter runter in der Hierarchie, sodass man auf der gleichen Stufe ist wie Yo Oli. Wenn ihr für unter 1000 Euro ein Fahrzeug verlangt, wo euch Chayas das Gelb aus den Nüssen saugen, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar Detlefs Bastler-Wohnwagen. Mit der Hoffnung, dass dort niemand von euch seine Kindheit verbracht hat mit einem Fremden, dürft ihr mal die Hand aus der Hose nehmen und den Kanal supporten via Like, Kommentier, Abonnier und Teilen Funktionen. Macht das, damit es euch besser geht. Tschüss! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR